Ist du genug zu retten? Raus aus meinen Betten! Beide retten, wird das Ziel erreicht. Musst du diese Sachen immer wieder machen, der hat zu lachen, oder ist es dir vielleicht recht, wenn ich versage, mich gar nichts erwaage, stell dir doch mal die Frage, ob es wird vertuscht. Immer zu erwägen, ein Schatz zu liegen und zu pflegen, die Ärzte abzusegen, auf jeden, an das nur gerne sitzt. Das ist so sehr daneben, raus aus meinem Leben, was war denn da schon wieder eben, du machst mir, wenn ich brauchst. Kein Mensch wird diesen schreien, und diesmal werde ich dich verweigern, du brauchst dich gar nicht reinzusteigen, ich mache nicht mehr alles, das, was du verlangst. Du bist hoch, solltest du gern bei den Gewinnern, Alles holst du gern raus aus meinem Leben, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, jemals ohne dich gewesen zu sein. Es hat viel zu lang gedauert, jetzt wird mein Herz zu gemauert, mir doch egal, wer da wohl lauert, ich lasse niemanden mehr hinein. Und jetzt warten die Schuhen, solange ich stunde, du bist und meint verschwunden, hast wohl was Besseres gefunden, oder bist du auch so allein, komm, ich werde dich doch wieder nehmen, du sollst mich gar nicht schämen, schon gar nicht besser benehmen, ohne dich, wie ich dich nicht sein. Untertitelungamamste it nominee. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020